Bist du bereit? Ich bin voll bereit. Ich bin so gespannt. Ich auch. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Wir kennen uns ja ziemlich gut. Und ziemlich lange. Genau, und ich glaube, ich sage dir auch bei jedem Buch, was ich gut finde. Hey, Aileen, das Buch ist toll. Deswegen ist es gar nicht so einfach gewesen, ein Buch für dich zu finden. Ich werde angeflogen. Genau, also ich zeige dir jetzt, was ich mir ausgezuckt habe. Du musst mir sagen, wenn du es schon kennst. Okay. Weil sonst kannst du ja keinen ersten Eindruck geben. Ja, das stimmt. Ah. Es ist von Marta Bevakwa. Ich kenne sie vom Namen her. Ich weiß, dass wir sie schon im Magazin vorgestellt haben. Ich glaube, ich bin ihr sogar vor ungefähr gefühlt 20 Jahren damals auf die Viant Art gefolgt. Also gefühlt eine Ewigkeit her. Aber ich habe wirklich noch nie ein Buch von ihr in der Hand gehabt. Von daher. Ich weiß auch gar nicht, ob sie noch andere Bücher hat oder ob das das erste ist. Das kann sein, ja. Weißt du, von wann es ist? Ist es jetzt neu? Ja, genau. Das hatte ich, glaube, letztes Jahr, Ende letzten Jahres gekauft. Okay. Ich bin gespannt, weil ich habe echt nur so ein ganz vages Bild im Kopf. Also ich habe mich lange nicht mehr aktiv mit ihr beschäftigt. Genau, aber dass du immer gefolgt bist, heißt ja, du magst ihre Bilder. Aber es ist halt schon lange her, ne? Manchmal hast du ja den Effekt, dass du jemanden cool findest und nach fünf Jahren denkst du, die Richtung, in die sich jemand entwickelt, interessiert mich einfach nicht mehr. Oder man entwickelt sich selber, genau. Also gerade sowas, ne? Frauen in Büschen. Habe ich ja selber lange genug gemacht. Spricht mich auch immer noch an, aber es ist dann oft so, okay, Frauen in Busch. Ja, wobei das ja jetzt nicht so funktioniert wie die typischen... Ja, ja, das stimmt schon. Aber so vom... Frauen in Büschen. Ja. Gibt auch dieses Buch, Frauen im Bäumen. Ja. Könnte man weiter verfolgen. Das sind ja echt ältere Bilder. Genau, das war eine Sammlung von Flohmarktfunden, glaube ich. Genau. Könnte man heutzutage immer noch machen. Ja. Wir sind draußen. Es passt super zum Thema. Also wir könnten direkt losgehen und hier entsprechende Bilder aufnehmen. Es passt natürlich total in das Klischee, was man so ein bisschen hat, ne? Inwiefern? Von Frauen fotografieren. Frauen, so ein bisschen gefühlig, ein bisschen draußen. Im Feld, so der Klassiker. Das hat dann schon wieder einen anderen Dreh. Das finde ich gut, dass es nicht nur Frau in der Natur ist. Ist das Runa? Aha, cool. Das ist als Konzept natürlich witzig. Wie hat sie das gemacht? Ist irgendwie aufgemalt, oder? Ich weiß nicht, in diesem Buch gibt es keinen Text. Ja, oh, das ist ja... Deswegen denke ich halt, das ist... Ja, das ist eine Sammlung. Es gibt auch so ein paar einzelne, ich glaube, das gehört dazu, was mir jetzt auch bekannt vorkommt. Wo ich sagen würde, okay, ich glaube, das zum Beispiel ist deutlich älter. Wenn es mir bekannt vorkommt, muss es schon älter sein. Ja, sie zeigt halt auch sehr, sehr viele Bilder auf Social Media, Instagram oder... Ich weiß auch gar nicht, ob sie auf Facebook ist, aber auf jeden Fall Instagram kenne ich sie. Und daher kannte ich schon sehr viele Bilder, die jetzt auch im Buch sind. Ich glaube, das war jetzt eins der ersten, wo ich sagen würde, ja, doch, das kommt mir bekannt vor. Also ein bisschen Text hätte ich da, glaube ich, schon noch spannend gefunden. Auch wenn man sagt, okay, es ist ein Portfolio. Einfach, ja, vielleicht spricht da so die Redakteurin aus mir, weil ich immer denke, gute Fotos machen können viele. Ich würde nicht sagen, kann jeder, aber können verdammt viele. Und dann interessiert mich eigentlich auch immer, was steht dahinter. Aber ich habe das Gefühl, es machen ganz viele Fotokünstler, vor allem auch, die online sehr aktiv sind, dass sie irgendwann ein Buch rausbringen und das ist eine Sammlung von ihren besten Aufnahmen, sage ich jetzt mal. Vielleicht gibt es dann gar nicht mehr so viel zu sagen. Genau, da ist halt einfach nur, ich will das jetzt nicht nur online haben, sondern ich will es mal zum Anfassen. Ich glaube, also vielleicht tue ich ihr auch unrecht, aber vielleicht steckt gar nicht so viel mehr dahinter. Ja. Aber dass ich es mir halt trotzdem gekauft habe, zeigt ja auch eigentlich, dass es funktioniert. Es spricht für die Bilder, ja. Es spricht für ihre Bilder auf jeden Fall. Ich finde es eigentlich auch ganz spannend, dass sie immer so ein bisschen nur von diesem Konzept, ich fotografiere eine schöne Frau, platt gesagt, immer mal so ein bisschen abrückt, aber dann auch nicht in so eine Effekthascherei verfällt, sondern das sind immer nur so kleine Details, so wie mit dem Licht, mit dem Schatten oder vorhin die, was war das, Löwenzahnsamen und die Marienkäfer. Das ist immer so nett, aber das Bild verlässt sich nicht nur da drauf. Nettes klingt, ja. Ja, nee, es soll nicht abwertend sein, aber dass es halt nicht so eine Effekthascherei ist. Also das Bild funktioniert nicht nur deswegen. Aber du meinst, es funktioniert nicht nur, weil es ist eine schöne Frau? Beides im Prinzip. Also es balanciert sich so. Es funktioniert nicht nur deswegen, weil es eine schöne Frau ist und nicht nur wegen des Effekts. Und in der Gesamtschau hat man auch nicht das Gefühl, ah, da sucht jemand immer so einen neuen Effekt oder sowas. Sondern es gibt immer mal wieder ein bisschen Abwechslung und dann auch mal Bilder ohne Effekt. Aber dass es im Prinzip nicht so eine Masche wird, sich immer irgendwie was Besonderes dazu zu suchen. Sondern es ist immer nur so eine Kleinigkeit, so eine kleine Idee, nicht ein großer Aufbau oder sowas. Ja, es sind sehr stille Bilder, sehr, also ich finde sie sehr still, sehr irgendwie poetisch vielleicht. Hier waren jetzt auch viele so gerade, die ein bisschen dunkler waren, wo ich fand, okay, die wirken auch sehr intim. So in der Richtung. Die sind auch sehr dunkel, wirken dann vielleicht auch nochmal ruhiger. Es ist dann auch nicht draußen. Aber das stimmt auch vom Ausdruck her. Ich glaube, da war jetzt noch niemand, der irgendwie überschwänglich gelacht hat oder so. Es ist immer alles sehr nachdenklich, in sich gekehrt eher. Sowas finde ich eigentlich auch einen coolen Gegensatz. Also das mal auf eine Doppelseite zu bringen. Aber genau sowas zum Beispiel nebeneinander zu stellen, das macht dann schon Spaß. Auch wenn ich sagen würde, ganz konkret, also so stark abgetönte Lichter wie bei dem, sind schon was, was mich persönlich einfach nicht so anspricht. Aber in so einer Gesamtschau im Prinzip ist das jetzt nichts, wo ich ausführlich dran rumkritteln würde. Ich finde es auch, also mir ist es auch aufgefallen mit diesen sehr entsättigten, sehr fast dunkel wirkenden Bildern, dass die, da ich sie auf Social Media kenne, das ist mir nicht so sehr aufgefallen. Aber ich glaube, hier funktioniert das Papier auch nochmal als... Das kann sein, ja. Also es wirkt dadurch vielleicht noch ein bisschen mehr. Es ist sehr matt, sehr... Aber auch sehr weiß, ne? Also es hat jetzt nicht irgendwie ein Naturweiß. Also vielleicht wirkt das dadurch nochmal entsättigter. Vielleicht, ne? Weil der Kontrast gegen das Weiß so groß ist. Das ist natürlich auch eine super Doppelseite. Also sowas ist super. Ja. Ich finde es, also es gibt ja tatsächlich viele, du hast ja auch gesagt, du kennst solche Bilder, viele KünstlerInnen, die so arbeiten. Ja. Und gerade den Frauen wird dann auch oft vorgeworfen, du fotografierst eine junge, hübsche Frauen. Ja, ich finde das Thema, das ist einfach mehrschichtig. Also zum einen wird es so sein, da ist die Identifikation da. Gerade wenn man dem Selbstporträt nicht so weit entfernt ist. Also ich weiß jetzt nicht, wie sie arbeitet, ob sie auch Selbstporträts dabei hat, aber ich kann mir vorstellen, wenn du keine machen möchtest oder vielleicht damit auch durch bist oder sowas, dass es dann nochmal eine Möglichkeit gibt, eben mit Menschen, und das sind dann in dem Fall eben andere junge Frauen, die so zu inszenieren, wie du das vielleicht selber mit dir nicht machen kannst. Oder im Dialog mit einer anderen Person entstehen dann nochmal Facetten, wo du sagst, ja, da sehe ich jetzt gerade was, was mir irgendwie aus der Seele spricht. Oder kann ja einfach ein Gefühl sein, von dem man sagt, ja, Mensch, sowas würde ich vielleicht als Selbstporträt machen. Andererseits, weiß ich nicht, wer hat denn noch Zugang, also als junge Frau, welchen Zugang oder welche Kontakte hast du dann noch zu komplett anderen Gruppen? Also einen jungen, hübschen Mann finde ich dann, ist mal eine nette Abwechslung, aber bricht es eigentlich nicht auf, ne? Nee, bricht es nicht, ja. So, und dann müsstest du eigentlich in eine komplett andere Richtung gehen. Und also, ich weiß ja, dass es dann auch Fotografinnen gab, die gesagt haben, ich will jetzt mal konkret mit hübschen Rentnern arbeiten. Und dann bleibt es bei der Idee und im Aufruf, aber dann finden sie einfach niemanden, der mit ihnen arbeiten will. Oder die Leute, die sich vielleicht dann melden, die passen dann doch irgendwie nicht das in das, was man machen möchte. Und dann scheitert das wahrscheinlich einfach am Alltag oder an der Realität, dass es dann doch in der Praxis irgendwie nicht funktioniert. Ich blätter mal weiter. Ich bleib dabei, es sind nette, also nette im positiven Sinn, nette Details und Effekte, die aber nicht Effekttascherei sind, sondern total gut da reinpassen. Und dem irgendwie noch ein bisschen mehr geben, ohne von den Protagonistinnen so abzulenken. Das glaube ich, ah, nicht ganz, ne? Zwei, drei waren die auch komplett über eine Doppelseite gegen Format füllend. Nicht viele. Nicht viele. Das eine in der Bahn, einmal Runa, aber nicht viele. Aber Porträts finde ich auch immer sehr schwierig über eine Doppelseite zu bringen. Das stimmt. Ja, also tatsächlich fast alles Porträts, außer zwei Landschaften und einem Marmeladenglas. Ein Marmeladenglas. Aber ein sehr schönes Marmeladenglas. Ein Unfall wahrscheinlich. Ne, ich finde es gut. Es erinnert mich total an die Zeit vor ein paar Jahren, als ich einfach selber noch in der Richtung fotografiert habe. Würdest du es dir heute noch kaufen, so ein Buch? Kaufen glaube ich eigentlich nicht. Also ich finde es schön, wenn ich es in der Hand habe, aber da bin ich dann, ich muss auch sagen, ich kaufe echt nicht viele Fotobücher. Ich glaube, die allermeisten sind wirklich aus so einem Impuls heraus, Crowdfunding-Kampagne, cooler Mensch. Und dann denke ich, ach, komm. Und dann, was soll's? Unterstützen und dann ist es auch wirklich oft eher aus diesem Unterstützer-Gedanken heraus und nicht so sehr ein Abwägen, soll ich mir das Buch kaufen? Oder also wenn ich bei einem Buch einfach wegen des Buchs überlege, dann gucke ich auf so Sachen wie, was kostet das, wie groß ist das, wie viele Seiten, wie viele Bilder. Okay. Würde ich bei einem Crowdfunding dann nicht so ins Gewicht fallen lassen. Hm, verstehe ich. Das war's, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ich kann gar nicht so viel dazu sagen. Das reicht ja auch vollkommen. Es soll ja auch nur der erste Eindruck sein, oder nicht? Der erste Eindruck, ja. Das ist ja dann ganz klar, dass du keine tiefgehenden... Nee, das stimmt. Es gibt ja auch keinen Text oder keinen großen thematischen Aufhänger. Ja, schön. Freut mich, dass ich nicht ganz daneben gekriegt habe. Nee, überhaupt nicht. Jetzt bin ich aber total neugierig, was du als Plan B und Plan C gehabt hast. Das zeige ich dir gleich, wenn ich die Kameras ausgemacht habe. Okay, dann danke dir. Gerne, gerne. Vielleicht finde ich ja bald auch nochmal ein Buch. Sag Bescheid, wir wohnen ja nicht weit auseinander. Sehr gut.